Meine Lieben, haben Sie sich schon jemals Gedanken über die Ehe gemacht? Sicher. Mancher denkt, Ehe, ich heirate, muss ich mir das genau überlegen. Ob er Recht oder Unrecht hat, stellt sich erst später heraus. Denn was ist Ehe? Ehe ist, wenn ein bis dahin vollkommen normaler Mann auf einmal das unbezwingliche Bedürfnis in sich fühlt, für eine ihm bis zu diesem Zeitpunkt wildfremde Frauensperson auf Lebzeiten, Kost, Quartier, Kleider und Wäsche gratis beizustellen. Wofür die Gattin sich wieder verpflichtet, getreulich all die Sorgen mit ihm zu teilen, die er nie haben würde, wenn er sie nicht geheiratet hätte. Es besteht also im Allgemeinen eine gewisse Differenz zwischen dem Willen des jungen Mädchens geheiratet zu werden und dem Unwillen des jungen Mannes ein solches zu tun. Aber um eine gewisse Zeit, so im Frühling, geraten ja die festesten Grundsätze ins Wanken. Denn im Frühling wenden sich die Gedanken, Wünsche und Sehnsüchte der verwegenen jungen Männer den Dingen zu, an die das züchtige junge Mädchen schon den ganzen Winter über gedacht hat. Und anfangs sieht ja die ganze Geschichte noch gar nicht so nach Ehe aus. Der Jüngling denkt bloß an einen Flirt, also an die Kunst, mit einem blauen Auge davonzukommen, nachdem man zutiefst in zwei blaue Augen geschaut hat. Aber mit der Zeit wird seine Außerkorne so hingebungsvoll, so reizend und liebenswürdig, dass er mit ihr machen kann, was sie will. Und so macht sie ihm langsam klar, dass er ernste Absichten hat. Ihre Eltern treten gleichfalls kampfbereit auf den Plan, man schleift ihn vor den Altar, erkennt ihn für die Mitgift, belastet ihn mit der Braut und fertig. Mitgift nennt man die Vorzüge einer Braut, die in Ziffern ausgedrückt werden können. Jedenfalls ist eine gute Mitgift das beste Gegengift gegen Gift in der Ehe. Denn wenn man sich schon in der Ehe giften muss, ist es doch nicht dasselbe, ob man sich ohne oder mit Mitgift gift. Und so steht es dann folgendermaßen. Man geht auf die Hochzeitsreise, Flitterwochen, Honigmund. Es heißt Honigmund, weil wieder einer picken geblieben ist. Und so geht man eben dahin und lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Wohin fährt so ein junges, verliebtes Pärchen? Das ist Temperamentsache. Manche steigen schon bei der ersten Station aus. Aber im Allgemeinen ist es doch Sitte, anstandshalber wenigstens bis Venedig durchzuhalten. Venedig, das Allerweltsschlafzimmer, die richtige romantische Stimmung für Zärtlichkeiten, die Gondeln gleiten, die Sterne blinken, die Lagunen... Also bitte, nirgends gibt es so einen unwahrscheinlich blauen Nachthimmel, Mirjaden Silbersterne, Serenata, Barcarolle. Ich sag immer, Venedig braucht keinen Bürgermeister, Venedig braucht einen Regisseur. Und vielleicht nicht einmal den, Denn die Pärchen dort hören und sehen ja nichts als sich selbst. Und wenn man nichts hört und sieht als sich selbst, spielt eigentlich die Barcarolle gar keine Rolle. Aber diese selige Zweisamkeit hält nicht lange an. Denn bald schon flüstert die junge Frau ihrem Garten errötend ein süßes Geheimnis ins Ohr. Nämlich, dass sie nicht mehr lange zu zweit, sondern schon zu dritt sein werden. Weil ihre Mama kommt zu Besuch. Und damit beginnen die ersten Unstimmigkeiten. Die Mutter ist natürlich auf das Wohl ihrer Tochter bedacht, überredet sie zu immer größerem Aufwand. Die Tochter kleidet sich nach dem Journal, ihr Mann nach dem Kassabuch. Sie wird immer schicker, er wird immer schäbiger. Sie trägt einen Hermelin und ihm sind die Ärmel hin. Also ein Zustand, der im schließlich den Ausruf entlockt. Wie glücklich könnte ich mit meiner Frau leben, wenn ich sie nie kennengelernt hätte. Und dann kommt es eben zu Auseinandersetzungen. Der Mann verlässt erzürrt das eheliche Gemach und eilt in den Freundeskreis am Stammtisch. Und dort überredet er merkwürdigerweise seine ledigen Kollegen dazu, dass sie heiraten sollen. So ein Mann kommt mir vor wie einer, der in der Badeanstalt im eiskalten Wasser steht und den am Ufer stehenden zuruft, kommst du herein, es ist gar nicht kalt, kommst du herein. So weit der Mann. Aber was geschieht mit der Frau, mit der netten jungen Frau, die jetzt so allein zu Hause sitzt. Sie sehnt sich nach jemandem, der lieb zu ihr ist, der sie streichelt, der sie küsst, der sie in die Arme nimmt und so weiter. Und da ist eben der richtige Zeitpunkt für den Dritten in der Ehe gekommen. Und der kommt, der kommt unweigerlich. Warum soll er nicht? Jetzt hat er kein Risiko mehr. Aber der Gatte erfährt doch meist davon. Es gibt eben gute Freunde oder Freundinnen, die sowas hinterbringen. Und dann kommt es eben zu dem usuellen Ehekrach. Denn der Ehemann ist ein Hund. Pardon, ich meine, wie ein Hund. Ich werde Ihnen auch gleich erklären, wieso. So ein Hund hat einen Knochen. Einen euten Knochen. Er hat den Knochen schon ganz abgenagt. Er kennt den Knochen in- und auswendig. Er lässt ihn links liegen. Von Zeit zu Zeit fällt ihm der Knochen wieder ein. Er holt ihn auch vor. Spät ein bissl umeinander damit. Vergräbt ihn. Kurz, der Knochen ist für ihn uninteressant geworden. Aber wehe, wenn ein anderer Hund kommt und den Knochen haben will. Da soll man den Ehemann, äh, ich meine, den Hund sehen. Er knurrt, er bellt, er beißt. Er huldigt eben den Prinzip, ich nicht, aber den anderen auch nicht. Statt zu bedenken, dass es nicht angeht, dass der Mann die Besitzerpflichten einem Objekt gegenüber vernachlässigt und dessen Besitzer rechte, er sich seinerzeit zerfranzte. Und da ist es eben an der Zeit, ein aufklärendes Wort an meine Geschlechtsgenossen zu richten. Meine lieben Herren, der Umstand, dass man verheiratet ist, schließt ja intime Beziehungen nicht aus. Aber die meisten Männer benehmen sich leider vor der Ehe, als ob nichts verboten, aber in der Ehe, als ob nichts erlaubt wäre. Ein kluger Mann passt sich in jeder Beziehung den Verhältnissen an, auch wenn es sich um Verhältnisse seiner Frau handelt. Denn es heißt zwar, eine schöne Frau hat ihr Gatte meist auch für die anderen Männer. Aber was hätte er schon davon, wenn er eine hässliche für sich allein hält? In so einem Fall ist man doch lieber mit, sagen wir, 20 Prozent an einer guten Sache beteiligt, als mit 100 an einer schlechten.